Woran stirbt man aus? Kriege, Naturkatastrophen, Seuchen, Ebola, demnächst Klimawandel, die Deutschen sterben aus, weil sie vergessen haben zu Vögeln. Das ist doch scheiße! Was soll da stehen? Im Lexikon steht da wahrscheinlich so ein Fachbegriff, so Beischlafdemenz. Keine Ahnung. Wobei man auch beim Aussterben immer die Chancen sehen muss. Wir könnten zum Beispiel in Hamburg das Kindergeld verdoppeln und das dafür in Bayern Jan-Streit. Quasi im Aussterben sinnvoll Steuern. Oh, wenn ich die Nummer mal in Bayern mache, mache ich ja damals gut. Wir könnten zum Beispiel Düsseldorfer Eltern dazu zwingen, Kindergeld an den Staat zu zahlen. Die vermisst du auch, Kinder? Ehrlich? Sind Düsseldorfer da? Das meine ich. Nichts. Das meine ich. Das meine ich. Das ist toll, Kindergeld an! Vielen Dank.